Es war natürlich schon ärgerlich, dass wir so viele Chancen hatten und die am Ende dann nicht gemacht haben. Aber wenn man sich mal anhört, wie das Halbfinale aussieht, das ist schon Mailand gegen Mailand, Madrid gegen Manchester, da hätten wir dann mit Bayern schon phonetisch nicht reingepasst. Von daher ist alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe.